Hi Leute, ich mache heute ein kleines Clash Royale Video. Ich mache heute am wenigsten Kosten und greife damit einfach mal an. Und starten wir jetzt meinen ersten Angriff. So, dann machen wir erstmal so, dann machen wir so, dann machen wir so. Okay, dann begrüßen wir erstmal mit Speer. Dann noch ein paar Skelette. Ja, da machen sie auch ein bisschen Schaden. Alles gut. Da ist aber wohl der Wunsch. Ja. Ja. Da ein paar Korbäude. So, noch ein Bomber hin. Vielleicht bewirkt er was. Der hat was bewirkt. Sperrkorbäude. Oh man, jetzt kommt der mit seiner dummen Barbahnhütte. Na gut. Okay, damit könnte ich sagen, mein erster Tower ist down. Nein, noch nicht. Noch ein bisschen Leben hat er. Jetzt habe ich erstmal Wut auf dem Ritter. Das bringt ein kleines bisschen. Nicht so viel, aber. Okay, er hat auch noch ein bisschen. Jetzt habe ich erstmal Skelette. So. Die gehen raus fast down. Kann ich auch nichts dagegen tun. Und... Ja. My tower is down. Okay. Dann mache ich sein Tower auch mal kurz down. Oh man, ey. Jetzt kommt der hier mit seinen dummen Barbahnhütten. Jetzt kommt der hier mit seinen dummen Barbahnhütten. Was soll ich noch tun? Was soll ich jetzt noch tun? Was soll ich jetzt noch tun? Bisschen schauen. Hat er noch. So. Ja, 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 ja. Ja. Dann ist auch down. Gut. Setzen wir es so. Zack. Und... Mein Haupttor ist down. Okay. Das war schlecht. Egal. Dann machen wir jetzt, äh, was am meisten kostet. Barbahnhütte. Kurze Unterbrechung. Ich mache gerade dann das Deck. Da bin ich wieder. Mit... Den anderen Deck. Was am meisten kostet. Ich bringe ihn wieder kurz in einen Angriff. Live-Angriff. So. Gingeleife über. Das müsste ich ja hinkriegen. Jetzt kommt er erstmal mit seinen dummen Sperrkoppeln und so. Das ist erstmal Lucky Horde. Lucky, Lucky, Lucky. Na, 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 na. Tata. Oh, jetzt sitzt er da ein dummen Prinz. Den kann ich... Den kann ich jetzt nicht abwehren. Ah. Nehme ich meinen Prinz? Ja. Erste Krone für mich. Tata. 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 nur gut Mini Packer gegen Packer wer gewinnt wohl Packer gewinnt wieviel Schaum macht denn der? 62 auf dem Tower ok ich mach gleich richtig fiesen Zug ist mir egal dann kommt doch Riese ist mir egal kommst machen was du willst nochmal Barbarnabys 7 ja mein erster Tower ist auch gleich down ja meiner ist auch down also dass die Walküre auch so viel Schaden machen kann auf Barbarnabys 7 das wundert mich auch ein bisschen dass ich meine einfach so viel Schaden macht ist wirklich Hardcore also dass sie so viel Schaden einfach nur macht das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen X-Bogen oh nein jetzt sind da diese dummen Luckys Luck na gut sein Tower ist down seiner ist auf jeden Fall down zack der Ralkrone Sieg hat ja gut funktioniert dann machen wir einfach nochmal ein Level vielleicht kommt jetzt ein besserer Gegner Level 6 vielleicht dann wird es vielleicht bisschen schwerer wieder in Level 5 gut dann ist es so so ist das Leben so ist das Leben man wird und verliert so X-Bogen geht erstmal auf Hopp auf den Tower jetzt sehe ich erstmal Prinz der macht gar nichts ein guter Plan er macht gar nichts oh doch er setzt was gut gut der sich riesensgeletz tatatata und der Riese okay eine Hexel Level 3 okay ich hab schon seinen ersten Tower down 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 ich hab schon seinen ersten Tower down 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 ich hab auch gar keinen Blitzhauer benutzt dann benutze ich ihn jetzt erstmal so Blitzhauer zack ein kleiner Blitzhauer kleine Begrüßung und so jetzt kommt hier meine Baba an jetzt bist du tot Gegner hat Kampf verlassen gut denn ich werde eh gewinnen denn kann der kann jetzt gar nichts mehr machen er hat aufgegeben sozusagen aber auch drei große Sieg klappt ja ganz gut dann nehmen wir mal das alte Deck von mir was ich früher benutzt habe da muss ich gehen jetzt gehen Level 6 hoch rein dann setze ich noch die Bahn dann kann man nix tun kann man nix dagegen tun jedenfalls habe ich schon ein bisschen zu das video ist auch gleich zu Ende das ist jetzt das letzte was ich mache denn mein Akku ist auch fast leer deswegen muss ich auch gleich aufhören ich werde ja noch wie schon gesagt wie ich in den letzten Videos auch schon gesagt habe wenn ihr mal mich sehen wollt in einem Video dann schreibt einfach in die Kommentare der erste Tower ist da gut dann schreibt einfach mal in die Kommentare zeig dich mal auf der Kamera oder mach mal ein Video über dich werde ich vielleicht auch dann machen mein Video über mich werde ich bald auch machen meiner ist der Tower ist mein Tower ist down down, down, down Frost oh na toll das hat mir jetzt überhaupt nix gemacht bleibt alle stehen bleibt alle stehen gut, 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 gut Schweinreiter zack es kann auch nicht so schwer sein zack paar Sekunden habe ich noch beim Spiel oh na toll, jetzt kommt der wieder mit seiner dummen Rolle ich begrüße dich jetzt erstmal mir ist es jetzt egal du kannst mich dich töten denn ich bin einfach zu gut für dich ich bin einfach zu gut zu gut, zu gut, zu gut mich kann man einfach nicht schlagen denn ich bin zu gut zack mein Gott kann auch wirklich nicht so schwer sein zack 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 ey kommt halt ihr müsst da jetzt einfach nochmal drauf ja ist weiter gerade geht doch ok dann bis zum nächsten Video und guckt euch nochmal meine alten Videos an Clash of Clans werde ich bald auch machen ich werde auch morgen vielleicht auch nochmal ein Video machen da werde ich mit Einheit vielleicht nur mit Epics angreifen aus Arena 4 3 2 und ein bisschen 1 und ein bisschen auch Trainingslager oder und dann mache ich auch nochmal nur Arena 4 Sachen halt halt Arena 4 alle Sachen rein und das sind nochmal 1,2,3,4,4,6 und dann hole ich noch die 2 Epics von Arena 3 rein ja ok dann verabschiede mich verabschiede ich mich und bis morgen oder bis zum nächsten Mal Ciao erwarten wir nochmal kurz öffnen wir nochmal Silbertruhe so ok ok dann Ciao und Tschüss tsch 3 sp sehr